mal spielen wir einfach ein bisschen mal gucken was wir schaffen das bist du ich finde es immer noch laut so wir können rollen Uuuuh Jod Au Bang Ich hab' mein Pfeil Auch gut Tuff 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 Auf Guck mal wusch wusch Piw Au Ey voll gegen die Wand gerollt Ah Speichert so so also unser Ziel ist einfach jeden Boss fertig zu machen und wir gucken mal ob wir irgendwas hinkriegen oder nicht i das hört sich eklig an hallo die ich bin wohl erwischt aber er zitterte her warum wo er das das war das war taktik Hilfe! Nein, daneben! Oh, voll erwischt! Jetzt sind wir tot! Okay, neuer Versuch! So, Schleim! Ja, hast du nichts zu melden! Oh, daneben Versuch uns einfach direkt ans Herz zu machen Oh, der hätte auch treffen können Aber er hätte auch treffen können Voll erwischt Neuer Versuch, ja so schiff oh mein gott nach beide erwischt jetzt habe ich alles außer das herz erwischt oh mann hi max guck da freue ich mich doch direkt ich nervt ihn immer auf whatsapp dass er hier online kommt damit meine statistik hoch geht weil irgendwie muss man sich ja das geld anschaffen so chef oh mein gott so chef nein jetzt hätte ich doch Hilfe das war ein Erfolg ja dann schaue ich auch bei dir zu keinen Sorge so wir haben ein Boss gelegt das heißt wir sind jetzt schon zu 50 prozent erfolgreich gewesen so und weiter geht's ich glaube hier nach habe ich nichts mehr geschafft wow 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 ich bin sein professioneller spieler ja das spiel ist total easy ja 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 wow 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 nein auch nicht oh gott mikro fall doch nicht immer um das können wir bestimmt auch mal spielen jetzt bin ich schon wieder tot oh gott das war scherf ist ein paar das war scherf ist ein paar auch mein genick das gesehen hat auch schön geknackt matche nein da war ich schon ja es kostet ein bisschen war denn wir können ja mal gucken jedoch nicht doch ich weiß nicht im sale vielleicht nicht mehr so viel ok 374 kostet immer noch sorry weiß noch nicht genau wie ich das hier anstellen soll erwischt weil ich der beste bin ich habe doch keine kohle Max so nächster bus da oben sind auch so symbole sehe ich gerade da war das war herz was ist das ist ein weltraumfahrzeug aus saubos so weitermachen schafft mir bestimmten rekord hat gott hei hoffen mann so für den erwischt aua wo es gibt sie hier Jo, der Lümmel kann schwimmen. Aber halt, gibt halt nichts. Ja, Max, da kann ich auch nichts für. Jetzt aber. Wir haben ja gesehen, was passiert ist. So, also. Bing. Oh Gott, er fährt hinter mir her. Jetzt hier. Los, los. Hä? Hö. Ah. Oh, yo, yo, yo. Piu. Verdammt. Zelda Mechanik. Zelda Mechanik. Okay, jetzt aber. Ich lasse mich hier euch verkohlen. Ha. Verstanden, weil ich verbrannt bin. Hallo. Ja, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Wo kommt mein Pfeil? Äh. Nein. Oh Gott. Alles furchtbar. Da, tome Idee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich lasse mich hier. Nicht, u�. Er which needs a little bit wrong. Oh Gott. Hahaha. דיbergbergier. Ich weiß übrigens nicht, wie weit das Spiel geht oder so, aber... Uiuiui! Einen wunderschönen guten Nachmittag, Sandroleon. Ja, ich... Mir gefällt das Spiel auch. Ich hab da sehr viel Spaß gemacht. Ich hab schon seit einer Weile auf der Bank liegen. Und jetzt dachte ich mir, komm... Jetzt, wenn man auch streamen kann, kann man das ja zeigen. Aha. Hallo? Uah! Hilfe! Ich kann das Chinesisch hier unten nicht lesen! Au! Hey! Wer hat der Herr Sandro zu mir gefunden? Und kann er mir Tipps geben, wie ich hier weiterkomme? Oh nein, man soll's ja als erstes immer selber probieren. Piu! Och, man! Und... Peng! So! Wohl nicht so! Ooooooh! Ooooooh! Oh! Echt? Oh, cool! Siehste, da lohnt sich das doch hier. Oh, guck mal! Hier leuchten 3 Lichter auf. Vielleicht weil wir jetzt 3 schon besiegt haben. Da lohnt sich das doch auch einzustellen, was man spielt. Was ist das? Ich weiß nicht, wie wir das machen. Aua. Mach. Ist das nicht? Nein. Bist du? Bist du? Fuss. ist ziemlich viele das spiel bestimmte als ich gerade geguckt hatte stand da null oder null zuschauer auch nicht die hand war weg da siehst du da bin ich doch froh dass ich hier mal so eine nische erwischt hat für heute um so eine zeit ich finde das ja übelst ulkig auch dass ich mag ja auch so in die pixel spiel sachen spiel sachen wollen ich bin ja super ok da kann es ja einschätzen für einen leyen wie mache ich mich das läuft nicht so wie ich es geplant habe also ich meine es ist auf jeden fall das spiel auch durchzuspielen weil ich habe halt nur gehört ich finde das prinzip recht cool und weiß nicht ich würde mir schon gerne auf zerstören schreiben juhu geschafft weil ich spiele ich spiele ja gern durch und büttel büttel ich will das ding da treffen hab ich getroffen mal überlegen ja beim ersten mal wird es bestimmt übelst lange dauern auch bürger und sei nicht so fies ich gebe mir doch alle mühe auf alle mühe die 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 schaffe ich nicht nur schnell antworten, weil sonst klappt das nicht. So, Mister. Jetzt ist aber genug. Du musst doch irgendwas... Kann man da hochklettern? Nein. Ah! Ah, oh Mann, jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. Okay, die 15 Minuten schaffe ich nicht mehr, aber wir kriegen da schon hin. Ich habe auf Twitter gesagt, ja, mein Ziel. Ach, nö. Ich habe gesagt, zwei Bosse will ich schaffen. Ich habe drei geschafft, von daher, ich bin jetzt schon... Au. Au. Das sieht so aus, als wäre ich ein schlechter Spieler. Stimmt aber gar nicht. Ich bin nur ein schlechter Titans-Song-Spieler. Anscheinend. Äh. So, ich lasse mich doch nicht veralbern. Jetzt geht's los. Ich mit meinem Pfeil im Gepäck. Äh, äh, ey, Sir. Aufwachen. Oh, kacke, mein Pfeil. So. So, ich möchte... Ja, ich möchte schießen, wenn diese beide... Also, wenn der eine einen langen Weg zurücklegen muss, um wieder zum Körper zu kommen. Ich glaube, da kann man gut schießen. Na los, kleiner Held. Wir schaffen dit. Water! Pchum! Nein! Nein! Oh. Aber mit den Händen kann ich nichts machen, ne? Also, ich kann die nicht abschießen, glaube ich. Zum Glück haben wir unendlich Leben. Wenn ich die besiegt habe, ey. Ja. Halt, wo geh ich hin? Runterrollen! Wuhu! Und... Kata! Ping! Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Uah! Och, verdammt! Ah! Wer sehen will, wie ich hier weiterhin so versage, der kann mir ruhig ein Follow da lassen. Weil, ich werde das Spiel nicht zur Seite legen, bevor ich hier nicht durch bin. Hat nicht geklappt. Haha! Erwischt! Ja, Mann! Das war ein präziser Schuss an beiden Händen vorbei, mit Ten ins Ziel. Jawoll! So, jetzt geht's bestimmt hier an der Seite hoch, ne? Wuhu! Siehste! Boss! First Try! Oh! Oh, offene Tür! Wuhu! Uh, dramatisch! Wie viele Bosse hat denn das Spiel so? Und warum geht's hier immer weiter? Ein Fahrstuhl! Das war wohl in First Try, hast du dich zugeguckt. Mindestens sieben, das heißt, es gibt noch mehr, hä? Sieben! Oh Gott! Das hier sieht nach nem Weg aus. Oh, das ist richtig schön hier. Oh mein Gott! Oh Gott! Das merke ich mir noch nie. Na dann ist meine Mission natürlich alle Bosse. Weil ich spiele eigentlich gerne bis zum Ende. Huh! Die Bäume sind cool. Ne, wenn schon, denn schon. Okay, so, hier gibt's anscheinend zwei. Okay. Schaffe ich wohl? Höh! Och, nö. Für sowas bin ich zu doof. Oh mein Gott, ich fühl mich jetzt schon verarscht. Okay. Da sind Rosen, da geh' ich lang. Da sind nochmal Rosen. Okay, so, hier ist wohl was. Ja, ich fühl mich auch sehr verloren. Pieps! Igitt! Ha ha ha! Ha ha! Voll erwischt! ich finde das war gut das war nicht schlecht da guckt euch diesen pilzer nicht mal mario würde mir anfassen so 1 von minimum 7 haben wir so was soll ich hier auf so da also muss ich jetzt da lang die man auch mal da lang das war kein lag das war können okay ich kann mich auch direkt hoch ein wasserfall ja gucken wir einfach mal wo was denn das verdammt hallo hat der kleine eigentlich nahm dort damit auch ich mag Harry Potter ich bin da ein Fan von ich hätte ja auch mal meinen Pfeil benutzen können ich Nase ja mach auf jeden Fall das lohnt sich so aus wie eine Giraffe hier oh mein Gott ist das anstrengend aber hat gehört ich hatte das Mühe weil wir jetzt erst mal aber wir gehen hoch Ach, kacke, hier war schon die Höhle. Hier komme ich wieder zum Anfang, hör. Oh, nein. Warte, zwei Versuche mache ich noch. Verdammt. Okay, jetzt nochmal oben. Du kannst schon mal anfangen zu tippen. Okay, fang an zu tippen und ich versuche weiter. Dankeschön, Sandroleon. Alles furchtbar. Was? Okay, rechts und zurück. Was? Dann wieder zurück. Oh, Mann. Hallo. Aber gut, ja, hätte ich halt weiter in die anderen Welten gemusst. Aber schön, danke. Okay, danke. Da gucke ich mir die gleich nochmal an. I. Hi. Oh, bist du ekel... Ah. Hallo. Willst du meinen Pfeil haben? Oh. Oh. Das läuft. Oh, verdammt. Ich dachte, dass wir... Oh, nein. Okay, den packen wir auch noch. In der Spiel ist geil. Das macht Spaß. So, Blume. Mich auch. Mir macht niemand was vor. Da kannst du ja, wenn du vielleicht nochmal irgendwann zuschaust... Lass ein Follow da, damit du es nicht verpasst. Hust, hust. Äh. Kannst ja immer so... bisschen Hilfe geben. So, okay. Das hätte mich jetzt auch volle Karte erwischen können. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Au. Der hat mir einen Nackenglatscher verpasst. Wenn ihr was knacken hört, das ist mein Stuhl. Der ist nicht für mein Gewicht ausgelegt. Nein, der ist nur alt. Das heißt, wir sind ja schon bei 46. Das heißt, bald haben wir die 50. Das ist eine coole Zahl. Und Titan Souls wurde auf jeden Fall noch dieses Jahr durchgerockt. Okay, ja, hoffe ich. Huh. Oh Gott, jetzt guckt ihr nach da. Au. Okay, 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 okay. Es hat ja beim ersten Versuch gut geklappt. Das heißt, so schrecklich kann das nicht sein. Bei mir im Fernsehen läuft übrigens gerade Kevin allein zu Hause. Ganz ein guter Film. Da fühle ich mich wie... Acht. Ich weiß nicht, wann der Film rauskommt. Du hast gesagt, in 15 Minuten schaffst du das. Du hast gesagt, in 15 Minuten schaffst du das. Ich bin jetzt schon fast beim Doppelten. Jetzt hätte er mich fast... Du bist erwischt. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn? Oh Gott. Das ist schön, dass der Speicherpunkt so nahe gelegen ist. 3,5 Stunden Okay, das ist eine Richtzeit mit der ich leben kann Oh, voll daneben Die Giftwolke macht mich ein bisschen wahnsinnig, weil ich nur nicht weiß was es mit der auf sich hat Ah, jetzt hab ich schon wieder nebengeschossen Nein Geh doch weg Nein Es ist halt Gift Tötet mich das, wenn es mich vollständig ein umhüllt oder was Wo kann ich da auch locker drin stehen bleiben Vielleicht macht es mich ja nur langsam oder so oder ich seh nicht mehr Ich muss blind drauf schießen Ich muss blind drauf schießen Also seht ihr langsam Also der erste Versuch war der beste Die nächsten sieben waren schlecht Und jetzt geht's aber los Voll was das nicht für Gift ist Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch das Auge treffen Das ist ja wohl nicht sein Ernst Ich kann den Typen nicht einschätzen Och nö Das hätt ruhig auch erwischen können Alter Geht der mir auf die Nerven Hättet ihr Ich bin ne Blume Jawoll Oh geil Das ist auch richtig befriedigend Wenn man dann so Genau zielt Oder Piu Oh Yeah man Oh Geil Hurra Jetzt sind wir ein kleines glückliches Böschlein Und schon haben Also Ich gehe jetzt einfach mal Hier weg schon Ich wollte mir die Tafel nochmal angucken Halt warte wo war das da Musik ist auch nicht schlecht Jo danke Sandrodeon Ich wünsche dir noch einen angenehmen Einen angenehmen zweiten Weihnachtstag Okay Das sieht Heftig aus Oh bis zum nächsten Mal So wir gucken jetzt mal weiter Was wir hier noch so finden Das war ein ganz schön weiter Weg bis hier hin Aha Danke Handy Das war eine Info die ich nicht gebraucht hätte Oh eine Treppe Jawoll Das sieht wichtig aus Oh nein Ich habe eigentlich keinen Bock auf Wasser wenn ich ehrlich bin Na gut los Da ist eine Treppe Warum hängt denn das Hör mal auf Entschuldigung Alter Hier ist keine Musik Schnee Schnee Jetzt habe ich Blasen an den Wüsten Schade Nochmal schade Ich habe gedacht da passiert was Ich habe mich nicht gebraucht Oh nein man kann die kaputt machen Oh nein man kann die kaputt machen Ich habe mich nicht gebraucht hallo soll ich rate jetzt einfach mal da hat's doch gebrannt ein eisberg jawohl das spiel ist verdammt logisch das ist genau meine liga geht auch näher da unten fünf was ja ich sehe es daneben geh weg da war was geh weg da hält man locker treffen können nein also ich glaube man muss hinten das treffen auch aber kollege ja wohl e okay also anscheinend ist es nicht ultra schwer aber schon solide würde ich sagen ist kein begriff wie schwer das spiel ist aber es ist das hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert bis wir getroffen haben hätte ja auch falsch sein können danke für das gg-mucks na jetzt brennt hier wieder nicht auch gerade welche gibt es denn hier drei ein haben wir so ich würde mir aber raten dass dann hier irgendwo beide geht hier kann man hochklettern weiß hier schon tor hallo hat mich einfach überfahren ok rache schnee rache schnee rache 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 ok ich weiß nicht vielleicht würde ich auch vor so ein eigenes zuGANirchen aber verdammt ich wollte ich wollte versuchen die feier so hinten an die ranzuhrungen aber ich geklappt so ein du liefer halten Alter, jetzt hat er mich mit den Schneebellen an die Wand gehauen. Ach, Mann, oh Mann. Okay, das war nichts. Hör doch auf! Au. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich werde wahrscheinlich den Po treffen müssen, das weiß ich. Aber ich habe noch keine Ahnung wie. Nein. Ah. Besuchen wir mal den zweiten Gegner, während ich mir über den da Gedanken mache. Oh. Dann müssen wir doch bestimmt auch erst Feuer hochkriegen. Das sehe ich doch. Hi. Ah. Warum? Warum? Nein! Nein, Pfeil! Au! Nein, 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 nein! Warte, 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 warte! Hier, Max, gib mal unserem Typen hier einen Namen! Unser Held kann doch nicht namenlos durch die Weltgeschichte ziehen. So, leider kurz. Haha, okay. Hier. Auch ist das sicherlich. Jawohl! Boah! Okay, das ist aber auch nicht. Ah, nein! Oh, das ist eine solche Scheredung. Aha! Achtung! auf den schrecklichen Berserker, der vor ihm stand, fertig zu machen. Alter, voll das hier Biss kaputt gemacht. Heuer. Hallo, mach mal eine Schnutte auf. Hast du das gesehen? Das war ganz schön doof. Weil Alduin manchmal auch ein kleiner Truggle sein kann. Ja, ich hab's gerade im Jahr noch nicht gespielt. Da hab ich mir zwei Szene rausgenommen, das wäre cool. Nein, ich hätte auch treffen können. Ah! Nein! Ihm gerade lief's besser. Sag mal, resetet der sich seine Zähne? Bleib mal! Oh, da hätte ich jetzt auch volle Kante sterben können. Fuck. Es will nicht so, wie ich's gerne hätte. Aber an sich funktioniert das ja. Ey, Max, ich hab gestern zum ersten Mal Frozen geguckt, ne? Ich bin voll der Fan jetzt. Ich feier Olaf. Nein, trifft doch! Preach it! Zwei. Nichts. Jetzt, ey. Zwei noch. Einer noch. Mach doch die Kusch auf! Der hätte halt voll getroffen, wenn der oben gewesen wäre. Der hätte halt voll getroffen, wenn der oben gewesen wäre. das bringt nicht wenn ich so weit weg bin nein hast du dir Frozen mal angeguckt? Olaf ist der Beste Olaf ist immer so schön positiv eingestellt einen so optimistischen Schneemagen der neben einem Feuer steht habe ich noch nie gesehen nein nein ah, Gott, oh Gott einen Versuch machen wir noch Es geht ich finde Es geht auch beim wetter steht als ersten aussehen back was glaube ich drauf nicht so mittig und dann lassen wir da sind damit dass zweimal getroffen ich habe hause gedrückt du Opfer und der schnaupt so viel der kollege ich bin dir ein bisschen ich schätze einfach jetzt mal die in der mitte sind leichter jetzt habe ich da zwei die so kacke auseinanderstehen alter jawohl nein jetzt fängt das wieder an im besten fall rutsche ich da aus Versehen jetzt rein im besten fall rutsche ich da aus Versehen jetzt rein dann machen wir das beim nächsten mal weiter 17 Uhr ist eine gute Zeit um aufzuhören ich bedanke mich fürs Zuschauen weil ja 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 wir betten das hier an der Stelle mit schöner weihnachtlicher Musik wir müssen noch die Kerzen anmachen halt weil ich nicht zielen kann ich debb und dann stellen wir uns jetzt hier hin und ich sag bis zum nächsten mal und tschüss tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal